Jungs, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wir sind jetzt zwei Tage am Angeln. Ein halbes Jahr hat der Kollege mir nichts anderes am Telefon erzählt. Erste Nacht, neun Fische, kleinere Exemplare. In der zweiten Nacht, 22.30 Uhr, der einzigste Biss auch in der vergangenen Nacht, macht der sein Traum wahr. Ja, jetzt schaut euch mal diesen Fisch an. Absoluter Hammer. Das ist ein mega Bullen. Yeah. Das war ein super Brummer. 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 Ja, der haut alles voll da drüben. Es ist geil, oder? Ja, ja. Es ist ein guter Fisch, ja. Es ist ein guter Fisch. Ne, du tust dich. Es ist sinnvoll. Puh, sagst du es nicht. Dann, du tust dich, sagst du. Da steht unser Tal, guck gegen die Strömung! Holta Schwedin, das ist ein Kamp-Sauri! 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 Das ist kein Schlechter! Das ist sicher kein Schlechter! Das ist ein Kamp-Sauri! 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 Pinna-Multi! 3,50 Meter abgelegt! Yeah! Das ist ein Kamp-Sauri! Ja, ja, ja. 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 Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja, ja. Ja, ja, ja. Was ist das? Oh, Peter, das ist gut, das ist nicht schön, bitte. Hey, was für eine Kanone, ey. Jakob, bin ich ausgepowert, das ist am Morgen, arschgeil. Was ist das? Ich weiß nicht, wie das Fisch ist, aber ich bin gefallt. Auf vorne ist das Fisch, oder? Hey! Hey! Nice Catfish! Yeah! Yeah! This is a catfish! It's okay... Because I'm missing... ...because I'm missing... Because I'm missing... Because I'm missing... Komm doch! Ja! ARD Text im Auftrag von Funk Patek, dieses geile Pudel! 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 Pohlealarm!